no way bin ich in meiner ersten runde imposter und ich habe keine ahnung von dem game aber ist okay so ich weiß dass es hier eine task gibt juhu haben eingetötet das haben wir schon mal gut gemacht die frage was wir jetzt als nächstes machen ich würde sagen wir gehen hier raus aber tieren haben wir gut gemacht also ich frage ich bin jetzt im elektrogramm reingegangen habe die leiche gefunden ganz rechts in der ecke ich bin maßlos überfordert alles alles grad von scheiße ich war auch da bei der f und sagen irgendjemand ist doch von entgegen gelaufen in navigation glaube ich ich war das ist eine lüge ich wollte mal versuchen also wir waren auf der rechten seite glaube ich die ganze zeit aber zu beginn hat ein bisschen gebraucht um dazu zu schlossen aber ich glaube er hat gar nicht töten können weil die zeit nicht da also ich glaube ich war in camps wenn ich das richtig gesehen habe ich konnte auf jeden fall irgendwie auf so kameras zugreifen und ich glaube das heißt camps weiß ich nicht jemand die die blinken sind die kameras ich weiß auch nicht also ich habe die einmal kurz gesehen und dann war ich irritiert hatte angst dann habe ich das schließen fenster gesucht also ich habe ich habe nicht lang gesehen aber ich habe das prinzip glaube ich verstanden haben andere leute alibis weil sie zusammen in der gegend rumgelaufen sind ich finde alibis ist immer so leicht zu sagen wenn man nicht verfolgen kann wo die person die ganz recht glaubt effi war zu beginn war ich auf der rechten seite und dann mal die ganze zeit auf der rechten seite und ich war die ganze zeit auf der rechten seite ja ich auch ich auch mir auch aber nein marie wobei du bist ganz kurz runtergegangen oder also ich bin links drangegangen aber es ist schwierig für sie tatsächlich dann bis zu elektrischer zu kommen zu töten und umgesehen wieder raus wir lieben wir skippen jetzt weil ich glaube es wäre ich glaube es wäre nicht hilfreich wenn ich jetzt wenn ich jetzt auf irgendwen vote wir gucken mal wir haben auf jeden fall unseren ersten kill souverän gemacht ihr seht jetzt auch die leute eingeblendet die sprechen alle geskippt haben wir gut gemacht nicht dass man uns da noch irgendwie auf die schliche kommt sag ich mal wollen wir mal sehen keine sonderrolle als imposter so x2 ring wo ist denn das jetzt hier nein da kann man einmal stehen jetzt wie ruft man das auf eigentlich nachdem ich das jetzt so schön gefakt haben okay gut haben wir verstanden jetzt gehen wir hier noch fake tasks machen und dann wieder schön auf cool und killen würde ich mal behaupten halte ich zumindest für eine plausible idee die laufen zu zweit rum ist nicht gut doch wir sagen wir sind nach unten und er ist uns entgegengelaufen ganz ganz rechts den habe ich noch gesehen der ist mir entgegengelaufen mir auch also ganz ehrlich ich war auch eben kurz da hab geguckt und stefan und miu standen in navigation dann bin ich weiter gelaufen dann war da nämlich die tür zu und dann bin ich weiter gekommen und dann ja war ich in kaffee und dann wurde ich glaube auch miu ja weil sie stand nämlich da beide in ich glaube auch in der ersten runde das könnte ein self report sein also ich habe das ist frech und ich habe stellt die dring gesehen und ich bin weitergegangen also ich war nicht lange bei stefan weil ich die map nicht so gut kenne von wo ne weil ich die map aufgemacht da wird geschummelt von navigation wendet man wohin ich habe keine ahnung also ich war mit mit wem war ich denn mit miu war ich rechts oben und da stand noch jemand da stand noch jemand in dem gang und dann ich nein nein der kam nämlich dann ich bin nach unten gelaufen miu war weg ich habe meine tasks fertig gemacht wo auch immer sie hin ist habe ich nicht gesehen sie war halt weg und ich bin runter bin stefan nachgelaufen beziehungsweise andersrum er kam hoch ich kam runter fertig ich habe mir aber nicht mehr gesehen unten also ich bin doch er ist ja mir vorbeigelaufen ja genau und wo standest du da ich bin unten habe das schilddingsbuch gemacht das geht gar nicht weil ich dich eben noch in den dings gesehen habe oder du bist aus dem vent raus also erst habe ich das mit dem glatt aufsagen gemacht dann bin ich nach rechts ist das gut ich muss die klappe halten sonst verlabere ich mich nur ich bin still ich lasse jetzt das wird gut ich war da nur kurz drin wenn ich noch kurz was zu dem sabotieren sagen dürfte könnt ihr das lassen das ist super verwirrend also ich komme vor lauter dahin rennen und dahin rennen nicht klar das ist anstrengend die map offen ab und zu mal also weißt du dass da oben in der ecke eine map ist ich würde ja sagen wir voten elle einfach nur dafür dass sie die map offen hat was machen wir jetzt keine ahnung ich skippe hier ist voll verkauft voll verkauft voll verkauft leute wir haben das einhorn verkauft wir haben das einhorn verkauft so wen töten wir als nächstes ich würde sagen wir töten elle da weiß ich das ist eine längere task das können wir auf jeden fall machen da bin ich dabei dann machen wir noch diese task ich fasse hier meinen kollegen das riski komm wir riskieren es so 30 6 9 8 woher kennt denn das spiel meinen body mass index haben wir gut gemacht haben wir nicht gut gemacht müssen wir nochmal eingeben wird wir sterben werden alle sterben da müssen wir noch hin schnell schnell du den code ein wie geht das 30 6 9 8 sind wir tot ich hab das ding übrigens geglückt ich hab's euch gesagt wir sind tot yes yes ich hab das ding rechtzeitig fertig gemacht es wurde akzeptiert es hat aber ich möchte mich ganz ganz herzlich bei der pato entschuldigen es tut mir so leid du standest als erstes da der cooldown war weg es hat mich so in den fingern gejuckt es tut mir so so leid alles gut aber weißt du was ich sehr witzig fand was ähm naja stefan und ich werden sehr gerne als erstes umgebracht als erstes umgebracht nein weil wir also stefan angst haben von seiner kombinationsgabe du kennst uns nicht du kennst uns nicht höhtest uns als erstes höhtest uns als erstes und ich find's so schön dass ihr alle auf Mio gegangen seid sie war auch eine der letzten Jahre ich war schon lange nicht mehr bei Stefan Mio Mio du bist erstmal über meine Leiche hast du eine Aufgabe gemacht ich hab's jetzt nicht gesehen raus und an oh da ist ja jemand ihr müsst auf continue drücken damit ihr wieder reinspringt genial vielen vielen dank war eine geile erste Runde